Es war einmal ein bescheidener Töpfer, der einen Esel besaß. Der Töpfer, obwohl er hart arbeitete, war sehr arm und kämpfte darum, sein treues Tier zu ernähren, das daher dünn und hungrig war. Trotz der Schwierigkeiten blieb der Esel seinem Herrn treu. Eines Nachts, von Hunger getrieben, wagte sich der Esel aus dem Dorf, um nach Nahrung zu suchen. Beim Umherstreifen auf den Feldern fand er ein bebautes Feld und begann, die Pflanzen zu fressen. Diese Routine setzte sich über mehrere Nächte fort, bis er eines Abends einem Schakal begegnete. »Hallo?« sagte der Schakal, vorsichtig näherkommt. »Guten Abend,« antwortete der Esel. »Ist die Ernte hier gut?« »Ja, sie ist großartig,« antwortete der Schakal, »und es gibt viel mehr, als mein Herr mir gibt. Möchtest du mir ein paar Gurken essen?« »Auf jeden Fall,« sagte der Esel, »ich liebe frische und saftige Gurken.« So führte der Schakal den Esel zu einem nahegelegenen Feld, das voller reifer Gurken war. Jede Nacht trafen sich die beiden und genossen die Ernte und schlossen eine seltsame, aber ehrliche Freundschaft. Eines Abends, nachdem sie sich gesättigt hatten, verspürte der Esel einen unstillbaren Drang zu singen. »Ich fühle mich so glücklich,« sagte er, »ich möchte singen, um meine Freude auszudrücken.« »Nein, mein Freund,« antwortete der Schakal mit ernstem Ton, »es ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort zum Singen. Wir könnten unerwünschte Aufmerksamkeit erregen.« Aber der Esel, berauscht vor Glück, ignorierte den weisen Rat des Schakals und begann aus vollem Halse zu singen. Sein Viren hallte durch die Stille der Nacht und weckte die Bauern des benachbarten Dorfes. Alarmiert liefen die Bauern mit Stöcken auf die Felder. Der Schakal, sich der bevorstehenden Gefahr bewusst, sprang geschickt über den Zaun und fand ein sicheres Versteck. Der Esel hingegen sang weiter selig, sich der Gefahr nicht bewusst, bis es zu spät war. Die Bauern fanden ihn und, wütend über die Schäden an ihren Feldern, schlugen sie ihn und jagten ihn fort. Der Esel, misshandelt und schmerzhaft, kehrte zum Töpfer zurück und dachte bitter darüber nach, wie töricht es gewesen war, den weisen Rat seines Freundes nicht zu befolgen. Die Geschichte des Eselgesangs lehrt auch für Erwachsene eine wertvolle Lektion. Die Bedeutung, auf weise Ratschläge zu hören und mit Bedacht zu handeln. Im Trubel des täglichen Lebens ist es einfach, sich von der Euphorie des Moments mitreißen zu lassen und impulsiv Entscheidungen zu treffen, ohne die möglichen Konsequenzen zu bedenken. Dennoch kann das Ignorieren der Weisheit und Erfahrung anderer zu katastrophalen Situationen führen. Außerdem erinnert uns die Geschichte an den Wert der Mäßigung und Diskretion. Nicht jeder Moment des Glücks sollte öffentlich gefeiert werden, insbesondere wenn dies erhebliche Risiken birgt. Die Fähigkeit, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, um seine Freude auszudrücken und wann es besser ist, vorsichtig zu sein, ist eine Qualität, die viele Probleme und Leiden vermeiden kann. Schließlich betont die Geschichte des Esels und des Schakals die Bedeutung von Freundschaftsbeziehungen und dem Lernen von anderen. Selbst die unwahrscheinlichsten Freundschaften können wichtige Lektionen bieten. Und die Fähigkeit zuzuhören und von anderen zu lernen, ist eine Tugend, die unser Leben bereichert. Ich hoffe, diese Geschichte vom Eselgesang hat Ihr Herz berührt und Ihnen wertvolle Lektionen für das tägliche Leben gebracht. Wenn Sie weiterhin Inspiration und Weisheit erhalten möchten, lade ich Sie herzlich ein, sich auf unserem YouTube-Kanal Perlen der Weisheit zu abonnieren. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise des Lernens und Teilens begleitet haben. Wir erwarten Sie in unserem nächsten Video. Auf Ihre Weisheit und Wohlstand!